Hallo zusammen, wir haben hier Levin bei uns. Er ist bei uns im Braintraining vom Mentalstark für Kids. Er ist Goalie bei der HC Chur. Levin, erzähl doch mal, was macht ihr am meisten Spass im Braintraining? Ball-to-Ball und Challenges machen wir sehr viel Spass im Braintraining. Okay, cool. Jetzt erzähl doch den anderen Kids, hast du schon bei dir Fortschritte vorstellen, sei es in der Schule, sei es auf dem Eis oder sonst im Verhalten, positive Veränderungen? Sehr viel in der Schule, gewaltig verbessert, alle können viel besser lernen und auch die Hirnhälfte das abspeichern, die ich gelernt habe. Okay, super, cool. Was würdest du einem Kollegen von dir erzählen über das Braintraining? Warum sollte er unbedingt einmal versuchen, ins Braintraining zu kommen und so eine Schnupperlektion zu besuchen? Ja, wenn man etwas lernen kann und vor allem kann man dann auch viel die Hirnhälfte in der Bauch und dann kommt man auch besser in der Schule und auch im Hobby sonst voran. Hey, super, Laui und das war schon alles. Ich danke dir vielmals, dass du kurz Zeit genommen hast und wünschst dir weiterhin viel Erfolg auf mich und bei all den Sachen, die du anpackst. Okay, danke vielmals.